Herzlich Willkommen in meinem Nähzimmer zu Ketes Nähstunde. In meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach so einen Tischläufer mit der Hand nähen könnt. Der Tischläufer hat rundherum einen doppelten Saum und den Saum habe ich ganz einfach mit dem Staphirstich oder auch Blindstich genannt festgenäht. In meinem Tischläufer habe ich jetzt noch ein Vlies mit eingearbeitet, das heißt zwischen Oberstoff und Stoff der Rückseite habe ich ein Vlies mit eingenäht, damit sich das Ganze etwas griffiger anfühlt. Und ihr könnt den Tischläufer als Wendeläufer benutzen, denn man sieht weder auf der Vorderseite eine Naht, noch auf der Rückseite. Und wie ich den Tischläufer genäht habe, das zeige ich euch in meinem heutigen Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe mir meine Stoffe für den Tischläufer hier schon vorbereitet. Und zwar möchte ich hier einen rechteckigen Tischläufer nähen. Da habe ich für die Rückseite diesen Stoff ausgesucht und für die Vorderseite diesen Stoff. Und dazwischen lege ich noch ein dünnes Baumwollvlies. Und wie man sieht, habe ich den Stoff für die Rückseite größer bemessen. Der ist an allen Seiten größer als der Stoff für die Vorderseite. Und zwar habe ich den Stoff für die Rückseite deshalb größer bemessen, weil ich ja hier einen doppelten Saum nähen möchte, sodass ich dann hier rundherum um den Tischläufer später diesen Saum habe. Mein Saum soll später 4 cm breit sein. Deshalb habe ich das Stoffstück für die Rückseite an allen Seiten 11 cm größer zugeschnitten. An beiden schmalen Seiten 11 cm größer und an beiden Längsseiten 11 cm größer. Das Vlies, was ich dazwischen lege, das muss wiederum kleiner als der Rückseitenstoff sein, aber etwas größer als der Stoff der Vorderseite. Mein Vlies habe ich so zugeschnitten, dass das rundherum an den schmalen und an den langen Seiten 2,5 cm größer ist. Ihr müsst dann überlegen, was ihr nähen wollt. Einen Tischläufer oder ihr könnt das ja auch als Tischset nähen oder auch als Tischdecke. Und wenn ihr zum Beispiel eine quadratische Decke nähen wollt, dann müsst ihr euch zwei Quadrate ausschneiden. Wenn ihr auch einen 4 cm breiten Saum drumherum haben wollt, dann müsst ihr das Ganze auch wieder an allen Seiten 11 cm größer zuschneiden. Soll der Saum schmaler sein, müsst ihr den Rückseitenstoff kleiner zuschneiden. Das Vlies, wie gesagt, habe ich 2,5 cm größer als den Stoff der Vorderseite zugeschnitten. Und damit das später beim Waschen keine böse Überraschung gibt, werde ich Vlies und Vorderseitenstoff ganz einfach mit einem Heftstich zusammenheften. Damit nicht später, wenn man den Tischläufer wäscht, das Vlies dann irgendwo in der Mitte zusammengeknuddelt sich wiederfindet, sondern das Vlies soll an seinem Platz bleiben. Deshalb wird das rundherum einmal knappkantig festgeheftet. Und zwar ungefähr so einen halben Zentimeter von der Stoffkante entfernt. Zum Heften habe ich mir einen Faden in die Nähnadel gezogen, habe am Ende einen Knoten reingemacht und jetzt hefte ich nur den Stoff der Vorderseite und das Vlies zusammen. Das steche ich einfach von unten knappkantig hier einmal durch. Dann habe ich ja hier auf der Rückseite den Knoten, aber damit das auf jeden Fall hält, mache ich noch ein, zwei Rückstiche. Also ich bin jetzt hier mit dem Faden rausgekommen, dann gehe ich nochmal wieder ein bisschen nach rechts, steche da ein und hole dann nochmal die Nadel bzw. den Faden. Das mache ich nochmal, dann habe ich das Fadenende mit dem Knoten und mit zwei Rückstichen gesichert. Und dann hefte ich das Ganze hier einfach mit ungefähr ein Zentimeter langen Stichen zusammen. Also immer nach unten stechen, halben Zentimeter daneben wieder nach oben kommen, durchziehen und so einfach den Stoff der Vorderseite und das Vlies zusammenheften. Das rundherum machen und immer wenn der Faden am Ende anlangt, mit zwei, drei Rückstichen sichern und wenn ihr mit einem neuen Faden weiter heftet, dann sichert ihr das auch immer wieder mit zwei, drei Rückstichen. Und so einfach ganz drumrum das einmal zusammenheften. Bevor man anfängt das zusammenzuheften, habe ich noch wieder vergessen zu sagen, weil ich das hier schon vorbereitet hatte. Ich habe mir das Vlies auf den großen Wohnzimmertisch gelegt, dann den Stoff da schön glatt drauf gelegt, das alles schön von der Mitte nach außen glatt gestrichen. Dann habe ich da überall so Stecknadeln reingesteckt, damit das schön glatt miteinander verbunden ist. Also nicht, dass man da irgendwo im Vlies eine Falte hat, dann sieht der Tischläufer hinterher nicht mehr so schön aus, wenn da irgendwo eine Falte drin ist und der liegt nachher auf dem Tisch, dann hat man da so Knubbel drin. Also das Vlies glatt hinlegen, den Stoff der Oberseite drauf, feststecken mit Stecknadeln und dann einfach rundherum einmal zusammenheften. Nachdem ich das Vlies und den Stoff von der Oberseite zusammengeheftet habe, habe ich das Ganze auf die linke Seite von meinem Rückseitenstoff aufgelegt, und zwar so, dass rundherum 11 cm von dem Rückseitenstoff zu sehen sind. Und zwar 11 cm von dieser Kante bis zu dieser Stoffkante, damit ich dann nachher einen 4 cm breiten Saum bekomme. Nachdem ich das so aufgelegt habe, habe ich das alles mit Stecknadeln zusammengesteckt. Dann habe ich von der ersten schmalen Seite, von der oberen Kante entfernt, 3 cm entfernt davon, habe ich mir mit Schneiderkreide eine Linie gezogen und dann habe ich das Ganze umgebügelt, sodass ich jetzt hier 3 cm umgebügelten Stoff habe. Und als nächstes, hier habe ich ja den Stoffbruch, als nächstes falte ich das dann nach hier, dass das ungefähr 1 cm auf dem bunten Stoff zu liegen kommt. Und dann stecke ich mir das Ganze mit Stecknadeln fest. Das muss ungefähr, vielleicht so einen knappen Zentimeter auf dem Oberstoff aufliegen, und zwar so, dass die Naht, eben die geheftete Naht, dass die jetzt verdeckt ist. Das müsst ihr dann auch mal ein bisschen so nach Gefühl machen, wenn ihr das nachnäht. Das kann man nicht immer so ganz genau in Zentimetern angeben. Wenn das dann so festgesteckt ist, dann kontrolliere ich das nochmal, ob das auch überall 4 cm sind. Ja, das kommt hin. Jetzt habe ich hier an der ersten schmalen Seite also meinen doppelten Saum soweit vorbereitet und festgesteckt. Und jetzt mache ich das auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Da zeichne ich mir auch erst eine Linie ein, 3 cm hier vom oberen Stoffrand entfernt. Dann bügele ich das, dann falte ich das um, sodass ich dann wieder einen Umschlag habe von 4 cm. Jetzt habe ich die ersten beiden Seiten so gefaltet, gebügelt und zu einem doppelten Saum gesteckt. Und zwar die ersten beiden Seiten, die sich gegenüberliegen. Ich habe mit den schmalen Seiten angefangen. Und nachdem ich die beiden schmalen Seiten, die sich gegenüberliegen, so gesteckt habe, habe ich das Gleiche mit den beiden langen Seiten gemacht. Also vom Stoffrand entfernt, 3 cm eine Linie gezogen, umgebügelt und dann festgesteckt auf dem Oberstoff. Dabei nicht an Stecknadeln sparen. Ich habe hier bis auf 2 Stecknadeln habe ich alle aufgebraucht, die ich hier in der Mitte so reingesteckt habe oder eben am Saum. Damit das alles schön glatt liegt und das nachher ein schöner Tischläufer oder eine Tischdecke oder ein Tischset wird. Nachdem ihr dann alle 4 Seiten so gesteckt habt, habt ihr solche Ecken bekommen. Ich habe erst überlegt, ob ich meinen Tischläufer mit Briefecken mache. Das ist auch ganz einfach, aber ich konnte mich nicht dazu entschließen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Briefecken zum Oberstoff nicht passen. Ist wahrscheinlich Einbildung. Deshalb habe ich das dann so mit dem doppelten Saum gefaltet, wie man das auch bei den Amischquilz macht. Da sind auch die Ecken meistens so gerade. Also nicht so mit Briefecken bei den Quilz, sondern das wird dann so gerade genäht. Und so habe ich das jetzt hier auch einfach gesteckt mit einem doppelten Saum, sodass man so gerade Ecken bekommt. Und wenn ihr zuerst die beiden sich gegenüberliegenden Seiten faltet und steckt und dann die anderen beiden Seiten, die sich gegenüberliegen, dann habt ihr hier an der Ecke immer den Stoffbruch. Das heißt, alle 4 Ecken sind richtig schön sauber. Und jetzt möchte ich ja meinen Tischläufer mit der Hand nähen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann näht ihr einfach hier knappkantig mit einem ganz normalen Gratstich Stichlänge 3 einmal ganz drumherum. Auch hier dann natürlich auch. Also vielleicht dann erst die schmalen Seiten und dann von hier oben nach unten einfach mit einem ganz normalen Gratstich Stichlänge 3 könnt ihr da knappkantig entlang nähen. Ich werde das aber nicht mit der Nähmaschine machen, weil ich ganz gerne mit der Hand nähe und euch das auch mal zeigen möchte, wie man so einen Tischläufer mit der Hand nähen kann. Es haben ja auch nicht alle eine Nähmaschine. Ich nähe das jetzt einfach hier mit dem Staphirstich fest oder Blindstich sagt man auch. Nähe ich einfach mit der Hand hier fest, dann sieht man hinterher auch kaum Stiche. Und wie man den Stich macht, das zeige ich euch mal hier an so einem etwas anderen Stoff, weil ich denke, dass man das auf diesem bunten Stoff nicht so gut sehen kann, wenn ich das hier zeige. Ich möchte mal versuchen, euch zu zeigen, wie man den Staphirstich oder Blindstich näht. Das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig zu zeigen, weil ich nämlich mit der rechten Hand durch das Stativ meiner Kamera greifen muss, damit das alles möglichst gut auf dem Bild drauf zu sehen ist. Also den Staphirstich, den näht man immer von rechts nach links. Und hier auf dem vorbereiteten Stoff wäre jetzt dieser obere Teil hier der Saum und der untere Teil wäre in meinem Fall der Stoff von der Vorderseite von meinem Tischläufer. Dann beginnt man damit, dass man hier am Saum hat man ja den Stoffbruch, dass man da von hinten einsticht mit der Nähnadel und in dem Stoffbruch wieder rauskommt. Dann habe ich ja den Faden in meiner Nadel und am Ende des Fadens habe ich einen Knoten gemacht. Damit das aber alles gesichert ist, mache ich hier so zwei kleine Rückstiche in dem Saum, in dem Stoffbruch. Einfach zweimal so einstechen, damit das auch wirklich gut gesichert ist. Jetzt kommt mein Faden hier im Stoffbruch raus. Und als nächstes steche ich hier unten ein, und zwar einen halben Zentimeter links von dem Punkt, wo ich hier mit dem Faden rausgekommen bin. Da steche ich jetzt ein und komme einen halben Zentimeter davon entfernt wieder raus. Jetzt steche ich wieder oben ein. Also hier ist der Faden rausgekommen aus dem unteren Stoff, halben Zentimeter weiter nach links, oben steche ich da ein und komme einen halben Zentimeter entfernt ungefähr wieder raus. Jetzt ist der Faden wieder hier oben. Als nächstes steche ich wieder unten ein. Einen halben Zentimeter von der Stelle entfernt, wo der Faden rausgekommen ist, da steche ich wieder ein, komme einen halben Zentimeter davon entfernt, wieder links raus. Und so geht das immer weiter. Einmal oben einstechen in den Stoffbruch und einmal unten einstechen. Und so kann man dann den ganzen Saum festnähen. Wenn ihr jetzt hier mal guckt, hier, da habe ich jetzt mal ohne Kamera genäht und da sieht man jetzt wirklich kaum was von der Naht. Ich habe ja jetzt auch extra so einen auffälligen Faden genommen. Man würde ja dann auch einen Faden nehmen, der genau zum Stoff passt und dann sieht man von der Naht kaum was. Und auf der Rückseite sieht man auch nichts. Und mit diesem Staphirstich oder Blindstich wird jetzt der Tischläufer ganz einfach zusammengenäht beziehungsweise der Saum auf der Vorderseite festgenäht. Und bevor ihr jetzt anfangt und den Saum festnäht, könnt ihr den von hinten noch einmal überbügeln. Dabei aber das Bügeleisen nicht so hin und her bewegen, dann verzieht sich das Ganze womöglich, sondern einfach das Bügeleisen immer aufstellen und dann so Stück für Stück das Ganze praktisch festbügeln. Ich mache das immer mit ein bisschen Dampf, dann hat man nachher hier alles schön glatt und dann ist das noch einfacher, das festzunähen. Aber wichtig ist, nicht mit dem Bügeleisen so hin und her fahren, sondern immer das Bügeleisen aufsetzen, festbügeln und dann immer so weitersetzen. Und wenn ihr das dann so festgebügelt habt, dann fangt ihr an, auf der Vorderseite zu nähen. Wie gesagt, von rechts nach links nähen und dann einen Knoten natürlich in das Nähgarn machen und mit zwei, drei Rückstichen sichern, wenn ihr anfangt zu nähen und macht euch den Faden nicht zu lang. Wenn ihr den Faden in der Nadel zu lang habt, dann kann das passieren, dass das irgendwie sich verknotet zwischendurch, dann hat man nichts gewonnen. Also kann man besser lieber immer mit einem etwas kürzeren Nähfaden nähen und kann dann den zwischendurch festnähen, wenn er zu Ende ist, also mit Rückstichen sichern und dann nimmt man neuen Faden und näht weiter. Also ich mache es mir jetzt gemütlich und nähe das jetzt einmal so rundherum fest. und nähe das jetzt. So, mein Tischläufer ist fertig. Ich habe den Saum rundherum mit dem Staphirstich oder Blindstich festgenäht. Die Ecken sind auch alle schön geworden. Hier, wo der Saum von der langen Seite zur schmalen Seite übergeht, da habe ich das auch alles nochmal mit dem Blindstich zugenäht und dann habe ich den Tischläufer gebügelt und jetzt ist er fertig. Und ich kann ihn jetzt also von dieser Seite auf den Tisch legen oder eben von der Rückseite, dass man die als Vorderseite nimmt, dann hat man einen schlichten Tischläufer. Wenn ihr den Tischläufer nachnäht oder vielleicht eine Tischdecke, dann immer dran denken, wenn ihr auch ein Vlies mit einnäht, dass das alles schön glatt liegt, bevor ihr das zusammensteckt. Also das könnt ihr zum Beispiel auch auf den Fußboden legen. Den Stoff von der Rückseite, da drauf das Vlies, da drauf den Stoff von der Oberseite und dann von der Mitte alles schön zur Seite schön glatt streichen und dann alles schön feststecken. Also nicht mit Nadeln sparen, alles schön feststecken, dann klappt das bei euch bestimmt auch, wenn ihr den Tischläufer nachnähen möchtet. Meiner ist jetzt wirklich gut gelungen, da ist alles schön glatt, aber ich habe ja auch fast eine ganze Packung Stecknadeln beim Nähen da reingesteckt und das ist eben so, wenn man ein bisschen mehr Vorarbeit macht, dann hat man hinterher auch ein schönes Ergebnis. Also ich hoffe, meine Näheidee hat euch gefallen und wenn ihr so einen Tischläufer nachnähen möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!